In einem Telefonat mit dem israelischen Premier Netanyahu versicherte Joe Biden, der amerikanische Präsident, sein Land werde Israel dabei unterstützen, Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Der US-Präsident bekräftigte dabei auch Israel im Kampf gegen die Hamas im Gaza-Streifen, die Hezbollah im Libanon und die Houthi im Jemen beistehen zu wollen. Alle drei militant-islamistischen Organisationen werden vom Iran unterstützt und kündigten Vergeltung an nach den israelischen Angriffen auf ihre führenden Funktionäre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017